Genau, ich nehme heute für BlaBlaCar gleich zwei Awards mit, beides Gold Awards. Einmal für die beste Marketingkampagne mit kleinem Budget, wo wir das Glück hatten, ein Zeichen gegen Recht setzen zu können, indem wir beim Wir sind Berg Konzert für alle, die dort hingefahren sind mit BlaBlaCar und jemandem mitgenommen haben, Tankbotscheine verschenken. Und der zweite ist für unser Community Team, das wirklich herausragende Arbeit leistet. Immer für unsere Mitglieder da ist, Ansprechpartner, wenn es Probleme gibt oder wenn es auch Kritik gibt und die 27 Tage die Woche für unsere Member da sind. Der ZDW-Mort ist natürlich da eine große Motivation, so weiterzumachen und mit kleinem Grund für uns gut arbeiten.